Oh, hallo. Ich hab ja gar nichts gemerkt, dass ihr schon da seid. Dann wollen wir mal eine Aufnahme starten. Eine kleine Aufnahme. Das war 2002, Edun-Odysee. Jemini. Da liegt doch Schnee. Okay, komm. Äh, ja. Wow. Neun Secrets. Wollt ihr mich... ...vergewaltigen? Ich meine, ich wär jetzt nicht so dagegen, aber... ...wenn's ne attraktive Frau wäre. Spaß, ey, warte! Schaumel, warum? Spaß. Alter, das geht doch... Oh, nö, ey. Ich hab sowas von innen Bock mehr. Oh, man. Warum? Warum tun die das? Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, woher das Gesicht gerade kam, dieses... ...ja. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich hab absolut keine Ahnung. Das ist doch schon geil, was wir jetzt machen. Wobei, es, 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 es ist eigentlich relativ ruhig. Ich versuch mal, einfach durchzurennen. ...dass der mich einfach schon wieder durch den Pikki hindurch abschießen konnte. Fotze. Oha, ganz schön groß hier. Oh, Alter, wieso kann ich da alles teleportieren? Na ja, klar, ich kann mich hier nicht teleportieren. Wenn ich da lang glaube, passiert da einfach gar nichts. Das ist doch nicht mal normal hier, Alter. Ey, wir haben... Och, Mann. Ich war abgemacht. Ja, mit der Superhinder. Warum macht man sowas? Ich mein, das soll doch die Hölle sein. Und kein, kein Superlabyrinth oder sowas. Wo man vor sich mal... Wo einfach, wenn dann alles teleportiert wird. Was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also... Komm jetzt. Ja, komm. Komm jetzt. Nein, jetzt hab ich leider noch jemand mehr, das ist doch nicht mehr normal hier. Alter, sowas ist jetzt so... Nein, dann... Was ist denn hier los? Ja klar! Junge! Raus zum Doktor! Oh, Alter, nein, nein! Werden die... Telefonieren sich vielleicht alle hinter mir? Die können einfach durch die Wand durchschießen. Also, ich sag euch eins, ja? Und ich weiß, das klingt jetzt ultra rassistisch. Aber mit Hitlern gemacht, hätte sowas nicht passiert. Der wäre direkt in die Hölle gegangen, und hätte alle, die keine blonden Haare gehabt, hätten einfach selber abgemurkst. Da hätten sie den Kind mehr gebraucht. Aber Rani, sowas kannst du doch nicht sagen! Soll das ihr Teleporter? Teleportieren die mich jetzt auch? Okay, komm mal kurz... Nein. Na gut. Also, wenn nicht, bitte Gegner hätte teleportiert. Na, war doch klar. Ich hab sowas vor... Habe ich was gesagt? Habe ich was gesagt? Ah! Halt schon laut! Wow! Ach, ich sollte hierher teleportiert werden! Ja klar! Ich glaube, dann wäre ich... Ja klar, dann wäre ich direkt gegrillt gewesen, ne? Ich meine, um ein... Drum rum, 20 Kanister voll exklusiven Sprengstoff... Soll nicht gesund sein! Habe ich mir sagen lassen. Tschüss! Schon wieder so ein riesen Fahrstuhl! Hä? Achso! Ja! Nein, nein! Das ist mir hier zu viel! Doch nein, das ist doch nicht mehr normal! Wer... Wer... Wer kommt aus so'n Scheiß? Warum ist da oben ein Kanister? Wer stellt Kanister bitte wieder aufs Fensterbrett? Oh Mann, Alter! Ich will das alles wieder nicht mehr! Ich will das alles wieder nicht mehr! Oh, Alter! Oh Mann! Oh Mann! Also, nur fürs Protokoll, ja? Ich bin hiermit nicht einverstanden! Ich hab' damals in der Rezertion zwar gesagt, ich möchte gerne einen interessanten Trip haben, aber dass der in die Hölle geht, davon stand nichts ordentlich im Kleingedruckt. Ich hab's mal durchgelesen. Massiert einfach nichts! Weil dieser scheiß Strebe hier genau auf Sicht höher ist! Nein! Ach, leck mich doch! Das wird immer schlimmer einfach nur! Und da sind auch noch zwei! Äh... Wir rollen wir mal an! Ist hier wenigstens was Interessantes, oder...? Wow! Man wird einfach nur nach Japan teleportiert! Kein Secret, kein nichts, kein gar nichts! Ich glaub' es nicht! Na gut! Na gut! Kommt mal her! Kommt! Kommt! Ich hab genug für alle! Ich hab echt genug für alle! Vor allem Nerven! Kommt jetzt mal! Ach, die kommen doch nicht raus! Mal wieder! Wer teleportiert sich hier? Wer teleportiert sich hier? Ich krieg hier gleich ein... Verona-Feldbusch-Komplex! Wieso hab ich mich grad schon wieder wehgetan? Ich stand doch gar nicht an der Wand! Ich treffe überhaupt nichts! Dreimal da drüber schießen! Geht doch! Nein! Ja, die Befürchtung kam ich auch! Nein, Alter! Was ist denn hier los? Okay. Ich meine! Ich meine! Das ist Spaß, ich habe ihn nicht zu tun, aber ich habe keinen Kraft! Ich habe ihn nicht zu tun! Aber ich habe ihn nicht zu tun, das ist verstecken instead! Die Überraschung! Ich habe ihn nicht zu tun! Nein, das ist nicht zu tun! Bei uns zu tun! Ah, leck mich. Ich bin raus. Kein Bock mehr, was ist denn hier? Achso. Oh, der Pinkies, äh, doch, Pinkies auch noch. Ah gut, geht der. Das Problem ist, wenn ich die nicht jetzt umbringe, dann rächt sich das irgendwann. Ich fick die alle so hart in den Arsch. Junge, bleib doch mal stehen hier. Alter, ich treffe sie nicht mehr, wenn ich 15 Meter davor stehe. Das ist doch nicht mal normal hier. Wow. Sag mal, wo kommst du denn her? Und ich selber habe natürlich auch wieder Schaden bekommen. Ja, ist mir jetzt alles sowas von egal, auf der Erde. Warum, warum, warum kommst du jetzt her? Wo denn? Da. Alter, halt, die erfolien sich schon wieder alle. Ist aber mal gut hier. Die sind rumteleportieren. Mein Gott, eure Mutter kann ja echt nicht stolz auf euch gewesen sein. Den habe ich jetzt. So eine unverfrorene Unverfrorenheit. Na komm. Da ist noch einer. Okay. So eine unverfrorenheit. So eine unverfrorenheit. Roman. Ey, die haben es aber echt hier mit den Teleporter. Kann das sein? Ey, kuck. Das ist eine das. Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Oh my God. Was? Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.